Ich freue mich, euch zu veranreißen, um begrüßen zu dürfen, heute Abend an der EFUG-Akademie. Ich präsentiere Ihnen heute Abend die Wohnarbeit, die die Nächste erstellt hat, mit viel Aufwand, mit viel Herzblut. Also wirklich, wirklich viele, viele Tage hart durchgearbeitet, um diesen Film zu realisieren. Das ist ein animierter, also Teilchentrickfilm, der dauert genau zehn Minuten. Und den habe ich nicht ganz allein gemacht, also ich habe die ganze Grafik gemacht, diese Geschichte entwickelt. Allerdings habe ich Hilfe bekommen bei der Musik, weil ein, was ist ein Film ohne Musik? Das funktioniert nicht, das wirkt nicht. Da habe ich Hilfe von Filippo bekommen, Filippo Beck-Packard. Das ist ja gerade hier, das weiß ich, das sehe ich gerade nicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche noch einen schönen Haft, der EFUG-Akademie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.